aber ich nehme noch mal ein zinger ziele wo sind die ziele ich sehe keine geht warum bin sie sich beim konvoi das sind unsere ich habe schon gedacht was ist jetzt los ok nix hier runter hier leute los ist los ich habe fast den fuß gebrochen überall russen machen böse holy shit zum konvoi kommt leute lauf lauf los und los ist so langsam leiden drei leute los leute leute Kontakt für alle mit Angehörigen nach. Sie werden ihre Leben retten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Russen müssen das ACS erlangt haben. Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Wir haben nur aus Rojas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt. Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf. Das Hornissen ist. Tag 4, 16.19. Start mit Gary Walsh Sanderson. Sonderkommando 141. Rio de Janeiro. 400 Meter über NN. Oh, die haben die ganz schön bearbeitet, den Typen. Das haben wir hier schönes U&P, so wie es aussieht. Sind auch schon direkt hier die Milizen. Klärt dann ja schon wieder wie die, was weiß ich, wie die Affen oder so. Kommt von allen Seiten. Rechts, links, oben, unten. Okay, unten nicht. Aus dem Boden könnt ihr nicht kriechen. Aua. Können wir die Pässe jetzt zum Explodieren bringen. Ich meine, warum nicht, ne? Wow. Episch. Da ist immer noch einer drin. Ah, die U&P ist schon eine schöne Waffe. Vielleicht ein bisschen OP, aber... Nein. Es lag hier. Yo. Oh, yeah. Das ist doch mal was feines hier, die zwei Minimuts. Akimbo. Wiedersehen. Ich habe echt nicht verstehe, warum wir hier immer die ganzen Dörfer ausbauen. Es sind immer so viele Gegner. Ist doch nicht normal, dass die abgeht. Aber ich mache jetzt mal einen auf Minimuts. Okay. So gut funktioniert das nicht. Wasserbauflag. Da machen wir eine Granate raus. Jetzt noch einen Weg hinterher. Noch eine. Das wollte ich nicht. Sag mal, zwei U&Ps. Ah, was soll's. Ich wollte gleich eine andere Waffe aufsammeln. Hier zum Beispiel die Ranger. Gieß doch gut. Ach, das... Profi ist mal wieder am Werk. Killed seinen eigenen Mate. Das hat mal wieder keiner gesehen hier, hoffe ich. Also echt nicht feierlich. Frag mich auch, wo ich meine U&P getan habe. Naja, was soll's. Guck mal, dass wir hier weiterkommen. Au. Das war in die Thrasen. Ja, ich werde geblockt. Dankeschön. Ja. Das war mal wieder 1A. Von mir. Komische Schottkiste hat einfach mal explodiert. Na, was willst du da machen? Aber jetzt warten wir aber erstmal. Na komm. Los. Explodiert. Sehr schön. Wie im Actionfilm ist das doch hier. Komm, wir machen mal AK-Power hier. Uh, Granate. Weggemessert. Mal gucken, ob hier was ist. Dock. Komm, Flasch da rein. Okay. Flasch daneben. Komm, Granate. Kann man gleich keine Muni mehr in der AK. Aber nicht so schlimm. Na, erstmal hier in Deckung gehen wir mal rein. Na, du bist Geschichte. Wo bist du weg. Und du bist auch weg. Wow. Na, die lauern hier echt überall. Da muss man wirklich aufpassen. Da oben sind auch wieder welche. Einmal reinhalten. Dann ist ja keiner mehr. Komm, komm. Ah, okay. Das ist schon. Und schon wieder. Ah. Oh, Mann. Komm, mach mal die normale weg hier. Die Outs ist echt gemeingefährlich. Komm, explodier du scheiß Kiste dann. Aber den explodiert die natürlich nicht. Ja doch jetzt. Scheiße. Scheiße. Ach, nee. Hab ich komplett vergessen. Den Tüten da an der Ecke. Okay, komm. Noch einmal hier. Weil es so schön ist. Sieht man, ich bin da einfach der COD-Profi. Ich hab hier einfach schon direkt zweimal. Jetzt erstmal Hardcore geflasht. Okay, komm Granate da rein, ne? Und ich mach mal ein paar Pissen da rum. Nehmen wir hier erstmal neue AK-Moniz. Das ist doch fein. Ne, ist wieder das scheiß Auto. Ich hab ehrlich gesagt Angst rauszugehen. Oh, da brennt es auch schon wieder. Komm, explodieren. Mach schon. Na, helfen wir mal nach. So gefällt mir das schon eher. Sind doch einfach so viele Gegner. Ich kann es noch immer wieder sagen. Parada brennt schon wieder. Jetzt nicht mehr. Vielleicht schon mal die mal eine Runde. Weg da. Na, die interessiert wird nicht. Dann gehen wir mal hier hinter die scheiß Fässer. Okay, wie eine AK. Die ist mir sogar mit Druck rumgegeben. Das ist natürlich auch noch schöner. Was? Jo. Zieht dann einfach auf seine Teamkameraden. Warum denn nicht? die falsche ziel ich meld noch aussehen naja kann man passieren macht man es so ist jetzt clear ich kann nicht wirklich schießen auf die rote kommt das war weiter vorrücken das würde hier so eng raum so richtig spaßig hier wieder alle raus stürmen die kann nach einmal kurz rein halten und sind geschichte und du auch weg ok das hat heißt hatte mal alle weg wir haben zwei jahre dabei das ist scheiße naja mal die falle guck mal dass unsere mails hier nicht weg werden zum stich lassen los 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 bevor hier wieder die ganzen was weiß ich kommen kommen sie auch schon wieder alle her auch die dächer sagen da komme ich noch niemals hoch aber doch lauf leute kommt mir auch so vor als würde das ganze lauf hoch nein so lang was geht denn hier ab die dächer ich laufe ja schon ich laufe ja ich bin ja schon da ich komme da ist er die springen